Erstaunlich, wie die Austria in Unterzahl hier aus der Kabine gekommen ist. Ja, sie haben eigentlich ab dem Abschluss ganz normal weitergespielt. Sie haben von der Spielanlage überhaupt nichts ändern müssen, sie haben weiter versucht, das Spiel zu machen, so wie sie es bis jetzt immer gemacht haben. Haben ja toll nachgesetzt, Tiller war der hineingekommen, hat man überhaupt keinen Abfall in der Leistung gesehen. Aus dem Ballgewinn, genau der hat der Ball in die Lücke, Hosina trifft auch den, muss man natürlich.